KI und Hochschule bedeutet für mich eine klare Aufforderung zu mehr Miteinander. Denn die Chancen und Herausforderungen von KI können nicht an einzelnen Institutionen alleine gelöst werden, sondern müssen im Miteinander institutionenübergreifend angegangen werden, um am Ende Lehrenden und Lernenden gerecht zu werden. Das Besondere ist, dass wir hier mit dem Schwerpunkt AI und Technology das zentrale Thema als Katalysator zusammenbringen, das alle gerade in Bezug auf die Zukunft von Hochschulbildung umtreibt. Heilbronn und Baden-Württemberg steht exemplarisch für eine große Aufbruchstimmung, für eine reflektierte und pragmatische Auseinandersetzung mit KI, aber eben auch für die mutige und neugierige Gestaltung einer Zukunft von Hochschulbildung, die digitale Technologien gewinnbringend nutzt. Der KI Campus ist für mich ein Angebot für mehr Offenheit in der Hochschulbildung. Der KI Campus bringt unfassbar viele Hochschulakteurinnen und Akteure, Lehrende zusammen, um gemeinsam gute Inhalte zum Thema KI zu erzeugen, Lehrende in ihrer Rolle als KI-Lehrerinnen zu bestärken und Lernenden qualitativ hochwertig, kostenlos und offen das zur Verfügung zu stellen, was sie brauchen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten.